Jetzt nur noch hier, was haben wir da, Unfallinvalidität, oh ja, das ist ein bisschen verrückt, aber das macht nichts, bitte schön, das bleiben wir bei 20.000, ne? Ach, wieder da. Stellen Sie sich vor, es fällt Ihnen eine Kiste, eine volle, auf den Kopf, ein ausgelaufenes Auge, dann ein steifer Arme, ein gemachter Mann. Gerhard Polt in seinem ersten Kinofilm, Kehraus. Meine Herren, Leistung ist und bleibt, der Motor eines jeden Unternehmens, der ganze sechste Stock ist ein retardierendes Moment. Das ist ja Alarm. Ein Maurer kommt zum Polier, Polier, der Schubkern macht immer, Quik, Quik, sagt der Polier, fristlos entlassen. Fragt der Maurer, warum, antwortet der Polier, bei uns machen die Schubkern immer, Quik, 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 Quik. Leute, Witz, erzählen, lustig, ha, 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 witz, ja, lustig sein, das kennen die nicht, das kennen bloß wir. Witz, erzählen und dann ha, 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 ha. Jetzt führen die Emanzen, die Herren zum Tanzen. Damen mal! Das ist zu diesem Brüsten. Geben Sie mal ein Urteil ab. Ich weiß nicht. Dann bilden Sie sich ein Urteil, langen Sie hin. Ja, soll mal melken. Haben Sie nicht gehört? Das ist quasi ein Befehl. Na, was spricht denn, was? Finger auf! Entschuldigung, jetzt sind wir zusammengestoßen. Oh, Pfeife. Wir sind zusammen gerundfällt. Pfeife. Sie und ich sind zusammengestoßen. Danke. Ich bin der Rampier, kommt hier, ich bin der Rampier, kommt hier, ich bin der Rampier. Ich bin der Rampier, ich bin der Rampier, ich bin der Rampier. Ich bin der Rampier, ich bin der Rampier, ich bin der Rampier. Das ist ein schöner Name. Die meisten sagen Rosi zu mir. Kehraus mit Gisela Schneeberger, Dieter Hildebrandt und vielen anderen. Ich hab einmal Diesel und Hände waschen. Mit der Stuhlgang berechnet, und ohne Seife. Spartauer, Sepp! Spartauer, geh weiter! Komm raus, Berzelmeier, du feige Sau! Rosi, was ist? Gehen wir noch ein bissel zu dir? Nein, das geht nicht, meine Mutter. Deine Mutter, ja. Du, und hättest nicht Lust, sagen wir mal noch ein bissel bei mir, machen wir es uns gemütlich. Nein, das geht nicht. Vielleicht ein anderer, weil was da war meine Mutter. Meine Mutter, ja, ja. Aber wir könnten doch ein Stückchen miteinander Trampan fahren. Ich lad dich zur Trampan ein. Na gut, das ist nett. Da muss ich mich aber dann revanchieren. Den Knall ab! Ja! 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 Ich spreche! Ja! Vielen Dank.